Erstmal ist die Umstellung von den Junioren in der Oberliga, vom Spielerischen sehr schwer in der Oberliga, mit Hertha zur Sache gegangen. Die Presse hat nicht zum Fußball als Jasege, gerade zu uns ergriffen, von der Voraussetzung von allen Fußballligas. Ich freue mich nach fünf Jahren zum ersten Mal wieder in Stürmer und nach 22 Jahren wieder in Berliner. Nach dir, Gute Reich, da bin ich sicher. Danke. Doi, doi, doi. Alles Gute.